So, jetzt geht's ab. Ja, oh. Verzähl mal, verzähl mal. Oh, es geht. Warte, ich muss doch vom Nase etwas rauskupfen. Es ist jetzt 3 Uhr. Es war dunkel. Es ist 3 Uhr. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wir filmen das Hotel nicht. Und Marco geht auch nicht mehr ran. Marco. Wo ist Marco? Man sieht gar nichts, Alter. Egal. Bleib euch, da geht auch ganz zu Licht ein und aus. Jeder macht dann noch mit dem Handy so Licht in sein Gesicht. Mach mal dein Navi ab. Jetzt ist dein Navi ab. Und da ist eine Arztprax, der sagt nicht. Oh, shit. Hannibal. Na, Ausmutter, war doch Dings, ja? Wie heißt das? Da waren doch Dings, Bilder von Ausmutter. Das sah ganz anders aus, ja? Die haben sich schon alle deine Pension gefreut. Und dann ist das. Nicht Fleisch. Ruf mal nochmal ein Moakmann hier. Timi. Ja. Guck mal. Was geht hier los? Wir wissen nicht, wo wir sind. Wo lang fahren die jetzt? Die drehen um. Alter. Ich hab keinen Fall, Alter. Ach du Scheiße. Komm mal rein, Alter. Jetzt wollen die da zum Tor wieder fahren, oder was machen die? Ich weiß auch nicht. Jetzt bleiben wir hier stecken. Das ist alles in einem Jahr. American Warm Wolf. Bleib in der Straße. Wo wird es sich sehen? Gar nichts. Ähm, warte. Wo sind wir? Wir wissen nicht, wo wir sind. Wir sind im Wald. Nur ein Weg raus. Resul, hier ist Hüsso. Ah, das sieht man gar nicht, Bro. Ich finde den Weg nicht mehr. Ich finde den Weg nicht mehr. Man sieht gar nichts, ja. Es ist voll schwarz überall, Alter. Wir sind um die Straße. Man sieht uns nicht. Wir sehen uns gegenseitig nicht. Der Wald ist kein Ende. Wir fahren schon seit drei Stunden. Der Hinblick hat nur zehn Minuten gedauert. Wir finden unseren Weg nicht raus. Was ist das? Eine Entscheidung. Geradeaus. Oder rechts? Nein, da haben wir rechts. Da ist der Ding. Da war's. Da war's. Wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen unsere Batterie sparen. Wir sehen uns bald. Hoffentlich.